Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu The Fireman auf dem Super Nintendo von Human Entertainment, die sehr viel auf dem PC-Engine und dem Turbo Graphics gemacht haben, haben dieses feine Spiel hier, The Fireman, gemacht für den Super Nintendo. Wirklich nett, muss ich sagen. Wir spielen Feuerwehrleute und müssen Feuer löschen. So simpel wie es klingt, so viel Spaß macht es allerdings auch aus dem Jahr 1994. Mal gucken, wir können das Spiel glaube ich sogar auf Deutsch umstellen, wenn mich nicht alles täuscht. French-German, genau, spielen wir auf German. Oh, Steuere lassen wir natürlich an, Beginner. Lassen wir mal auf Normal. So, auf Normal, Deutsch und dann starten wir mal rein. Das Intro ist glaube ich nicht auf Deutsch, das ist weiterhin auf Englisch. Aber es macht nichts, das Jahr 2010. Und der Text, der scrollt jetzt ein ganz kleines wenig langsam. Ich bin der Meinung, wir sollen ja ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Die Zivilisation hat sich nicht weiterentwickelt oder nur sehr wenig weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Es ist Winter in New York. Was interessant ist, das Spiel spielt in New York, obwohl es nur in Australien, Europa und Japan rausgekommen ist. In Nordamerika ist das Spiel nie erschienen. Trotzdem spielt es hier in New York. Aber gut, es brennt auf einer Weihnachtsparty hier bei Metro Tech Chemical Company. Okay, 6 Uhr abends, kleines Feuer ist ausgebrochen in der Küche und wurde nicht bemerkt. Und dann haben sich die Flammen natürlich immer weiter durchs Gebäude gefressen. Unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, die Feuer zu löschen und Menschen zu retten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. Da kommen wir auch schon. Der MDL sollte in der Mitte des Raums D im Untergeschoss sein. Die ins Untergeschoss führende Treppen sind auf der Karte rot markiert. Antein sind wir die ersten am Tauplatz. Dieses Gebäude ist so groß, wir sollten auf Verstärkung warten, ehe wir hier reingehen. Ach Quatsch, wir machen das keine Verstärkung, wir machen das alleine. Keine Sorge, Dennis, Sie sind in ein paar Minuten da. Also, gehen wir. Wir können Wasser sprühen, wir können auf dem Boden sprühen, wir können uns hinknien bzw. können krabbeln. So können wir Feuer auf dem Boden ausmachen, genau. Und wir können auch Granaten werfen. Wow, Feuer, Achtung. Wassergranaten können wir werfen, um genau zu sein. Unser Kollege könnte ruhig mal ein bisschen mithelfen hier beim Löschen. So, schön hier Feuerchen ausmachen, perfekt. Äh, ich werfe mal eine Granate. Boom. Wie gesagt, Wassergranaten. Sicherlich eine tolle Erfindung. Sollte es ihn echt auch geben für die Feuerwehr. Vorsichtig. Vorsichtig. Feuer. Oh nein, die Türen sind verschlossen. Tja, da müssen wir halt woanders entlang gehen. Wasser hat man, soweit ich das gesehen habe, unendlich. Moment mal, ich lasse mal hier Feuer ausmachen, Kollege, bevor wir weitergehen. Die Tür ist auf einmal offen. Ich sehe ein Ding. So, wo ist denn das Feuer hin? Also die Brandsherde sind ja außer Kontrolle. Ist ja fürchterlich. Ah, die Brücke ist eingestürzt. Wir müssen durch den Fluss warten. Das ist der einzige Weg, dorthin zu gelangen. Ja. Ja, und? Müssen wir da jetzt durch... Crawlen, oder wie? Hallo? Wie geht denn das? Hallo? Ja, wir müssen durch den Fluss warten. Dann bitte, mach doch. Geht nicht. Ist kaputt. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Geht es hier weiter? Das war jetzt ein bisschen doof, meiner Meinung nach. Dass es hier runter geht, hätte ich es nicht mehr auch vorher sagen können. Aber da geht es nicht weiter. Ist ja egal. Gott, wie peinlich. Bin zu doof, durch den Fluss zu gehen. Hier geht es dann wieder hoch. Okay. Das hätte man auch ein bisschen besser darstellen können, anstatt dass sich der Kollege da hinstellt und hier macht, nach dem Motto nach dir. Mein Detektor zeigt Leben ab. Äh, zeigt Leben ab? Okay. Dann ist hier bestimmt irgendwo ein Überlebender. Viel Rauch hier. Ein bisschen auf den Boden sprühen. Das Gepiepse wird lauter. Bestimmt jemand auf Toilette, oder? Dann erstmal hier das Feuer ausmachen. Das bringt doch sonst alles nichts. Hallo, ist hier jemand auf dem Klo? Automatische Türen auf dem Klo. Awesome. Kämpft der mit einer Axt gegen das Feuer? Das ist wahrscheinlich richtig effektiv, sag ich mal. Also ich sehe hier nirgendwo jemanden. Hier ist auch kein Gepiepse. Äh, ich möchte gerne raus, danke. Gucken wir einfach mal. Fahren wir mal hier hoch. Ja, wird das Gepiepse wieder lauter. Da ist doch jemand. Alles in Ordnung? Mein Bein, ich kann mich nicht bewegen. Sind Sie allein? Ja. Aber im Konferenzzimmer können noch welche sein. Max, hörst du mich? Ja, was ist denn los? Walter und du, seht im Konferenzzimmer nach. Dort können noch Leute sein. Verstanden. Wird ausgeführt. Danny, schaff ihn raus. Können Sie jetzt alleine weitermachen, oder kommt Danny wieder? Soll ich auf Danny warten? Da ist Danny ja wieder. Andi ist ganz schön fix unterwegs, der Danny. Danny, da ist noch Feuer. Mach mal aus, danke. Ach, das geht auf Zeit hier. Sehe ich gerade. Es steckt fest. Nehmen wir den westlichen. Was steckt fest? Ach so, die Tür. Nehmen wir den westlichen Treppenaufgang. Ah, wo kommt das denn auf einmal her? Äh, hier? Ja. Ist ja auch ein blinkender Fall. Danny, sei vorsichtig. Der Steuerroboter spielt verrückt. Das ist praktisch, dass wir es jetzt auch noch mit verrückten Robotern zu tun bekommen. Oh nein! Boah. Keine Granaten mehr? Natürlich nicht. Das ist natürlich die Frage, wo genau muss ich jetzt hin? Ah. Das ist sicherlich nicht gut. Feuerwehr, äh, Feuerwehrmann wie ich, der kann das ab. Gar kein Problem. Weiß nicht, ob ich den löschen muss oder ob ich einfach nur an dem vorbeigehen muss. Der alleine explodiert. Kann mir ja auch eigentlich egal sein. Oben war noch Feuer, das ist mir nicht egal. Okay, das dürfte es gewesen sein für den. Ist die Tür offen? Na bitte, geht doch. Bin ich mal eine offene Tür hier? Der Architekt, der dieses Gebäude entworfen hat, ist auf dem Weg hierher. Er kommt in etwa 15 Minuten. Aha. Will er mir zeigen, wie schön er das Gebäude gebaut hat oder was? Nur Springtlan-Nager hat er anscheinend vergessen. Aber dafür kann man ja mal verrückte Roboter einbauen in sein Gebäude. Boah. Aber dem Danny scheint das nichts auszumachen. So. Na, na, habt ihr gerade einen Aufzug benutzt? Das darf man im Brandfall aber nicht. Das weißt doch jedes Kind. Äh. Feuer aus? Hurra! Wo geht's weiter? Danke, Danny. Maschinenraum. Hier läuft man aber teilweise schon recht einfach ins Feuer. Da der Bildschirmaufschnitt zumindest nach oben und unten nicht so groß ist. Wir kommen nicht durch, versuchen wir es unter dem Rohr durch. Ja, gute Idee. Wow, Feuer. So. Wieder hin und dann da drunter durch. So weit, so gut. Ah ja, da geht's weiter. Ah ja, da geht's weiter. Hab ich gar nicht gesehen, die Tür. Pardon, da musste ich mich jetzt einmal räuspern. Das ist doch die trockene Luft durch das Feuer. Äh, ihr versteht schon. Ich gehe zuerst für den MDL rein. Nehmt den Schlauch und deckt mich. Oh. Das war sicherlich nicht gut. Gleich bin ich tot. Hab keine Energie mehr. Verliere mein Leben hier. Für die Feuerwehr. Oh oh. Kann man die Gasleitung nicht ausstellen? Sollte man doch meinen, dass man das zuerst macht, oder? Da vorne ist eine Flammenwand. Ich zähle auf dich, dass du uns durchbringst. Ja. Das könnte dein letzter Fehler gewesen sein, dass du auf mich zählst. Ja. Oder mein letzter Fehler könnte es gewesen sein. Continue. Komm, Danny, belebe mich mal. Das habe ich hier gesehen, dass man nicht unendlich Continues hat. Was bringt das überhaupt was? Das ist jetzt der erste Endboss, ne? Wohlgemerkt. Zwischenboss. Keine Granaten mehr. Ist ja super. Da steht aber auch ein bisschen lahmarschig auf, muss ich mal sagen. Zu meiner Verteidigung. Hm. Die Granate war sehr gut geworfen. Gratulation, Danny. Kann es sein, dass ich in dieser Form nichts machen kann gegen das Feuer? Außer, dass es mich tötet. Nein, ich will unendlich Continues haben. Also, wenn wir hier raus ein Let's Play machen, dann muss ich das mit Shields spielen. Für unendlich Continues. Ist ja furchtbar. Ah. Tch, he, he, he. Das ist gar nicht so einfach, liebe Zuschauer. Echt nicht. Na bitte. Das sieht doch gut aus. Stage 1 clear. Fire Rates. Na, 94%. Sehr schön. Ja gut, ein paar kleinen Feuerchen haben wir übersehen. Das ist klar. Es muss das MDL sein. Was auch immer ein MDL ist. Prima, geschafft. Äh, äh. Was geht hier vor? Piet, es scheint, dass der Heizungskeller Feuer gefangen hat. Okay, Jungs, gehen wir. Der Heizungskeller ist südöstlich von hier. Jedenfalls der Karte nach. Schnell. Wir können ja natürlich auch den Architekten fragen, wenn er denn da ist. Bis dahin warten war, würde ich sagen, bis er da ist. Für heute war es das mit The Fireman. Habt ihr das auch mal gesehen auf dem Super Nintendo. Kann man sicherlich nochmal eine Episode von machen. Die Spielidee finde ich eigentlich ganz witzig. Feuer zu bekämpfen, anstatt immer nur die gleichen Monster. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.